Und damit herzlich willkommen zurück zu Empires, die Neuzeit Und ich hab meine Aufnahmetaste natürlich wieder total toll hingelegt Und einfach mal die Ansicht verändert, naja, scheiß drauf So, wir wollen heute hier rein Und ich würd sagen Ja, unsere Versorgungswaren sind natürlich draufgegangen, die hier waren Schöne Scheiße Äh, ich würd sagen Ich geh doch erstmal nach hier oben Ja, Roger ist heute nicht da Achso, da kommt noch eine Ich würd sagen, gar nicht lang schnacken Äh, mehr Kopf im Nacken Ach du Scheiße, Leute Ne, Leute, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Das werden wir nicht überleben Roger Ah, das ist noch ein toll von mir, cool Was macht denn der Lieferwagner? Also der macht nichts, das ist mir schon klar Er hat mein Vorbilder Entschuldigung Für die Blumen So Anstatt, dass ich einfach mal alle Einheiten nach vorne holte Nein, es geht nicht Es geht einfach nicht Ist es denn so schwer? Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen? Warum? Was zur Hölle? Wir werden angegriffen Was tut mein... Oh, ne Ressourcenversorgung Oh, ne Ressourcenversorgung Ah, ffffuck you Ja Oh, Leute Chillt mal erleben, ne Ach, sehr Dazu alles klar Ja Ja, ich habe hier keine Pioniere Also werde ich die einfach mal ein bisschen im Arsch schießen Sicher ist sicher Denn ich weiß nicht, wie die respawn Feindliche Vorräte Oh, wir werden angegriffen übrigens Alter, was halten die aus? Auf hier, Kommando Roger Roger Wir werden angegriffen Ich will doch hier nur... Obwohl, wir müssten eigentlich weiter Auf hier, Kommando Roger Roger Ähm Hatte der hier nicht hier oben noch... Irgendwo was gesehen? Wo seid ihr hier, Leute? Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Auf hier, Kommando Von wegen der Null schon wieder Oh nein, jetzt müssen wir hier rein Verdammt soll ich sein Auf hier, Kommando Aber ohne Spaß, ey Ich weiß gerade echt nicht, was der hier mit meinem Panzer macht Ach so, ne, ich hab das Bevölkerungslimit erreicht Alles klar Ist ja natürlich auch total toll Jo, ich würd sagen Hop, hop, äh, Rinnenkopf Alles easy, Freunde Weiter Nehmen wir eure ganze Küste auseinander Wir werden jetzt einfach Oh mein Gott der Rekt Ja, ich hab das Wir werden es gleich Auf hier, Kommando Roger Oh, Roger Oh, Roger Oh, Roger Oh, Roger Enticht der balconie Oh, Roger OH, doch Ben, 4 Oh, oh Ben, 4 Oh, oh Und ich komme gerade gar nicht zum Kommentieren, weil ich ja natürlich hier gerade voll mitten im Gefecht bin und man mich sowieso nicht hören würde. Glaube ich. Weiter, weiter, weiter hier oben. Oh nein, diese scheiß MGs. Tötet sie. Rein hier. Wann habe ich denn die Scheiße eingenommen? Befreien sie MGs. Befreien sie MGs. Bringen sie Patton in die Stadt. Da ist so ein scheiß Auto. Tötet er es. Wow, 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 wow. Fuck, das Auto ist tot. Oh, jetzt werden wir hier ganz schön gefickt. Das muss man einfach mal so sagen. Tötet die MGs. Zurück in die Settie, zurück in die Settie, zurück in die Settie. Feindliche Vorrede abgefangen. Wo stehen sie denn? Ach, hier vorne kommt, wer hier rumschillt. Aua, was tut ihr denn hier? Nein! Ich muss hier raus. Ich muss mich neu transformieren. Rückzug, 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 rückzug. Ah, ihr kommt hier schon alle. What the fuck? So, und jetzt alle rauf da. Auf hier, come. Ja, jetzt verkeilt euch doch hier nicht alle. Und die Scheiße war, dass hier oben die Atombombe rumsteht. Und die wird uns richtig Sorgen machen. Ich hab's doch geschafft, ohne das Ding zu zerstören. Befreien Sie Mets. Und eliminieren Sie und sichern Sie dort die deutschen Militärgebäude. Und wie darf ich die dann sichern? Roger. 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 Fabrik, Steuerung T. Oh, da vorne steht ein dicke Bäder. Zwei sogar. Gut, jetzt ist hier mal zwischengespeichert. Scheißen Dreck. Öh, gehst du mal weg da. Und wo ist der Rest von den Leuten, die ich mir so ausgewählt habe? Weg wäre es nicht. Weg wäre es nicht. Ähm. Da steht ein Auto rum. Oh, so viele Panzer bauen. Schön. Gold. Ja, ja, die sollen sich eigentlich... Ach, hier stehen noch vier. Roger. Und ich könnte langsam mal wieder so ein... Verdammte Scheiße. Now I know where I have trouble. Bin vier hier. Ich muss die oben halt töten. Weil die ganzen Versorgungswagen hier oben lang fahren. Auf ihr, Komando. Alles töten, was feindlich ist. M4 hier. M4 hier. M4 hier. Auf ihr, Komando. Wir werden nicht hier. Roger. Ich sag dir vorwärts. Wurz. Wir werden nicht hier. Wurz. 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 Wir werden angegriffen Scheiße, nur 25% Benzin übrig Wir werden angegriffen Hätten halt Vorräte halten, alles klar So, komm, es reichen